Dieter Feldberg am Apparat, Dienstag um 22 Uhr, 19 Uhr, 23 Uhr, Potenzion, Hausnummer Nummer 7, jetzt sind die Wichtungshofer dran, eine Neuigkeit zu bauen. So, jetzt fängt's an zu reden. Scheiß, wenn du ein Mensch auf der Straße bist, nur in der Runde, die Australierfahrer war, nur wenn du heute oder morgen einstimmst. Und ich, Dieter Feldberg, 43 Jahre alt, auch mal hier. Naja, ich sollte froh sein, meine Arbeit, meine Hobbit, mein neues Auto, Made in Germany und so weiter. Immer das Gleiche, jede halbe Stunde ist in der letzten Kale mehr. Wir informieren, dass alles in Ordnung ist. Ich bin der Herrmann.